Hallo, Leute Oberkörperkraft, vor allem über Kopf drückend, heißt Rick Tanstein Push-Up. Wollmach ein Imam, erste Minute Hindu Push-Ups. Startet in dieser Downboard Dog Yoga Position, zieht nun den Kopf auf den Boden, taucht unten durch, unten könnt ihr kurz ablegen und dann drückt ihr euch nach oben wieder durch. Fünf langsame Wiederholungen, Fokus, sauber die Schulter bewegen. Danach Y-T-W-Races, fünf Wiederholungen, Knie leicht beugen, Hüfte zurück, immer mit den Schulterblättern starten, Y-T-W. Y-T-W, bis ihr fünf Wiederholungen habt, das sind Imam, hin und hin. Danach arbeitet euch auf ein maximales Dreier-Deficit-Strict-Constant-Pusher-Buch. Was mir bei den Strict-Tension Push-Ups wichtig ist, Körper bleibt fest zusammen, Bauch auf Spannung, Kopf und Hände bilden immer ein Dreieck. Ich zeige euch einmal, wie es das ist. Ich zeige euch einmal, wie es das ist. Punkt. Wichtig ist, unten sauber über den Kopf berühren, schönes Dreieck und oben schön sauber rausschieben. Baut einfach jedes Set ein bisschen höher, bis ihr auf eure maximalen Dreier angekommen seid. Dann reduziert auf 80%, macht dort noch fünf Sätze A3 wiederholen. Abschluss, Gegenbewegung dazu, fünf Minuten M-Rap, strikte Pull-Ups, Fokus auf perfekte Technik. Heißt auch hier wieder, Körper zusammen, keinerlei nach oben rechen mit dem Kinn, sondern wirklich so ziehen, dass das Kinn sauber drüber ist und unten komplett aushängen. Dann kann ich auch einmal kurz zeigen. Komplett hängen, Füße schön zusammen, Kinn rüber, relax. Auch davon fünf Minuten Max-Raps, Technik geht vor Wiederholungszeit. Viel Spaß dabei!